Machen die Musik laut. Ja, oh ja. Wenn Sie mein Auto ausreden, ist das mein Problem. Was? Was? Lass uns mal! Ja, das ist selbstverständlich. Ja. 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 Ja, das ist so schön. Ja. 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 Ah. Ich habe nicht zwei lang ihren Auge drin. Ich habe nicht zwei lang ihren Auge drin. Fjert, nach Wiktring zu diesem Punk-Konzert. Bist du behindert? Heute wird gefeiert! Fjert, nach Wiktor, nach Wiktor, nach Wiktor! Fjert, nach Wiktor, nach Wiktor! Fjert, nach Wiktor, nach Wiktor! Fjert, nach Wiktor, nach Wiktor! Ich kann nicht mal mit der Welt! Ich kann sie nicht finden! Er muss stehen bleiben. jemand hat immer so lange bis er einmal umgefliegt, dann sage ich ja ziehe und dann räume ich es weg. Ich habe schon einmal bis zur Decke geschafft, ohne dass es umgefliegt. Ich habe den Schlüssel zum Aufmachen. Das Geile ist, jeder Brandmelder ist ja normalerweise angeschlossen da oben. Warum habe ich den Knopf da drauf? Weil er nie angeschlossen war. Er war in einem gewissen Gebäude und hast nicht immer Zugang zu dem Strom oder zu der Kabelverbindung. Das heißt, da drinnen befindet sich eine 9V Batterie, die du einfach nur anschließen musst. Und mit diesen zwei Regeln da, kannst du ganz normal die Frequenz einstellen. Das heißt, du fährst einfach einmal zur Schulzurbe, dust eine 9V Batterie ein, drückst den Knopf, ups, passiert nichts. Zurücksetzen, nächste Frequenz einstellen, Druckknöpfen, Druckknöpfen, fucking Knopf drücken. Solange heute bis irgendwo einmal der Feueralarm losgeht, ohne das Glas zu brechen. Fuck off.